Musik 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 Ja, wunderschönen guten Tag, Product Update, heute glaube ich sogar 70. Folge, jedenfalls das Wetter uns nicht erlaubt nach draußen zu gehen, deswegen sitzen wir gerade im Tidus Outlet hier in Münster und da können wir auch schon mal direkt loslegen, hier, schön und neu, Skateboarding, the next step, zweiter Teil vom Tidus Trickbuch, Daniel Reichenbach hat auch ein bisschen mitgemischt hier und den Mike Hirsch zusammen, auf jeden Fall ein schönes Ding, sind Leute dabei wie Till ist dabei, Sedona, Reichi Asche, Streiter, ich bin dabei, Niklas von Bel Air und die ganze Konsorten, ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ding, der zweite Teil wie gesagt und ist ob jetzt erhältlich bei uns im Rollsport oder auch online, könnt ihr auf jeden Fall auschecken, das ist eine feine Sache. Ja, alles klar, also nächste Serie oder erste Serie ist heute Stereo, die heißt Soundwaves der Serie, abgekürzt einfach nur SW und da gibt es genau vier Boards, da haben wir das erste hier von Benny Fairfax, das ist ein 8er, Jack Sebeck, wie man den auch immer ausspricht, ist 8,5, Clint Pedersen 7,75, zu guter Letzt einmal von Raymond Molinar in 7,8,75. So, Mike Vilelli, zwei Proboards hier am Start und zwar das Bold Lights, einmal in 8,25 und einmal in 8,5. So, Chocolate hat natürlich auch eine neue Serie, ist die Art Dump Bomb Serie, wie immer gewohntes Spiel, einmal Vincent Allenthalis in 8,125, Pete Aildridge, ne Justin Aildridge ist das, sorry, ist ein 8,125 war ebenfalls, dann haben wir Mark Johnson in 8, Kenny Anderson ebenfalls 8, das Chris Roberts auch ein 8er, Girl eine neue Serie, die heißt Black Lights, das ist ein 8er und ist von Mike Carroll, Brandon Biebel, 7,8,75 und das Letzte in der Serie ist ein 7,75 und ist von Alex Olsen. Mike Mocapaldi, Krayl, 8 Calls D, ist von dem die Internetseite ist ein 7,5 und als Letztes haben wir Sean Malto, No Place Like Home in 7,6. Ja, also das war's, wie immer mit dem Product Update für diese Woche, wie es darf, gibt's zu haben auf www.tilos.de oder im Titelshop, geil, vertrauens. Crispy Shoutouts und DJ Double Cheers, Crispy Shoutouts, hier, die Goldschlanz Nummer 1, tschiiiih! heavily